Raus. Nicht so bekippt nicht. Thomas, kannst du uns den Soundentrain geben, bitte. Bitte. Das ganze Equipment-Pine. Ja, ich würd' sagen, eine Leipzigung wird dort auch. Und der andere hier. Shisha ist eigentlich mit... Zeichen, ja. Wie haben wir das so gefangen? Das. Ah, das ist okay. Von... Ah, das ist so ein bisschen gefangen. So, das ist unsere 20 Meter Verlängerung. Das brauchen wir jetzt mal nicht. Das ist noch... ... 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